Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Visions of Mana. Mal wieder zu einer Fragerunde. Habe ich auch alle 10, 20 Folgen mal in der Kommentarspalte gehabt. So von wegen, was ist die beste Klasse, welche Klasse sollte man spielen oder welche Klassenkombinationen. Man schaltet ja im Laufe des Spiels die verschiedenen Reliquien hier frei, die dann halt die verschiedenen Klassen und so weiter freispielen. Man muss dazu sagen, es gibt ein paar wirklich schöne Kombinationen. Es gibt jetzt nicht eine, wo ich sage, also gerade was die Kombinationen angeht, das ist wirklich völlig OP. Aber was ich schon denke, was ziemlich OP ist und das vor allem ziemlich am Anfang des Spiels, ist hier Morley dann hier auf dem Geistbaum, also hier Mond oder was das ist. Also praktisch auch genau sein Skill. Das ist ja sein Setting hier Mond, Eterna oder wie das heißt. Ja und dann schaltet ihr halt eben diesen Baum hier frei und ist halt absolut amok. Eigentlich nur wegen diesem Move hier. Y gedrückt halten und man dasht so durch die Feinde und bollert alles weg. Das ist halt mega krass. Hat auch richtig schöne zusätzliche Perks hier. Mit kritischer Treffer verursachen 20% mehr Schaden. Generell muss man halt sagen, was vielleicht am Anfang ein bisschen undurchsichtig ist. Am Anfang schaltet man eigentlich oder man könnte sich ja die Frage stellen, ja gut, okay, wenn ich jetzt Morley hier auf Mond spiele, warum sollte ich überhaupt noch andere Sachen hier freischalten? Das ist am Anfang des Spiels wichtig, um noch ein paar Skills hier freizuschalten. Diese ganzen Skills, die hier irgendwo mit drin stecken. Hier zum Beispiel, dass man hier irgendwie mit Kristallin, was übrigens auch super stark sein soll, irgendwie die Leute schützt. Zum Beispiel kann man Kristallin dann auf sich wirken und dann zum Beispiel also diesen Skill hier mitnehmen, den in sein Fähigkeitsboard dann reinpacken und kann trotzdem dann hier auf Mond spielen. Bei Mond, es sind praktisch nur diese passiven Skills hier, die mit so einem Stern gekennzeichnet sind, die sind dann nur bei Mond aktiv. So ist es am Anfang des Spiels und ich sag mal so, hier erstes Drittel des Spiels, zweites Drittel des Spiels, drittes Drittel des Spiels und dann ganz am Schluss vom Spiel praktisch schon im Endgame, wenn das Spiel schon vorbei ist, oder im New Game Plus, dann kann man hier hinten das noch freischalten. Das nur so ganz grob zur Einschätzung. Das heißt, man muss ja eigentlich bei allen Klassen irgendwas finden, wo man hier vorne schon relativ stark ist, weil man eben damit relativ lang durchs Spiel läuft. Was bringt einen, wenn hier der Endskill super krass ist, aber das kommt dann maximal im New Game Plus so auf die Tour. Ja und deswegen sage ich, ist er hier mega krass halt mit den Skills. Auch die Fähigkeit hier, da muss man ja auch ein bisschen drauf achten. Die Reliquie ist ja dann auch an den Charakter gebunden. Es bringt ja nichts, wenn irgendein Skill hier oder wenn ein paar Skills relativ stark sind, aber man dann hier zum Beispiel mit Wald oder sowas spielt, wo einfach diese Fähigkeit hier zum Beispiel nicht so geil ist. Jetzt nur als Beispiel. Also generell auch die Reliquien, die super stark sind, ist halt hier Mond, Wasser ist nicht schlecht, Wind ist nicht schlecht, Licht ist super stark, finde ich, weil da werden alle Gegner so, also wenn ein Gegner einen Schaden bekommt, bekommen alle anderen Gegner auch Schaden. Das ist gerade bei Massenkämpfen cool oder in diesen Herausforderungskämpfen, hier diese Geisterweiler und so, fand ich das super geil. Aber lange Rede, kurzer Sinn, er wird dann halt gerade hier, da kommt man ja auch noch relativ früh im Spiel hin, hier die kritische Trefferrate im Spiel von Morley geht einfach mal auf 70% hoch. Das ist halt also vollkommen amok. Dieser Skill mit eigentlich nur diesem Special hier führt dann zu absolut kranken Ergebnissen und wird hier hinten raus dann nochmal krasser, von wegen kritische Treffer senken die Verteidigung des Gegners, man macht noch mehr Schaden und man kann den Gegner one-shotten. Ja und das Ganze sieht dann folgendermaßen aus, dass man zum Beispiel in so einen Kampf hier reinrennt, einfach den hier macht und das ist jetzt praktisch noch ein schlechter Kampf, wo es schlecht läuft, weil hier noch eine gewisse Resistenz am Start ist und das war's, ne? Ich bin auch ganz absichtlich hier in die Lava gegangen und wollte das hier an der Stelle zeigen. Ich wusste, dass hier Gegner sind, die noch, sag ich mal, resistent sind, aber trotzdem wollte ich euch auch genau das hier zeigen, weil das ist halt auch super krass, was auch die Bildkombination halt eben angeht. Also ich gehe wieder auf Morley. Für mich die beste Klasse im Spiel ist Morley mit Mond hier ausgerüstet, beziehungsweise Morley Mond, wie auch immer Morley Grit mit hier diesen Messerstichen hier, absolut krank. Ja, wie würde ich dann noch weiter mein Bild machen? Ich sag's mal so, am Anfang des Spiels ist es noch relativ egal, weil Morley einfach super krass ist. Da kommt's ein bisschen drauf an, was wollt ihr noch dabei haben. Auch Vale ist natürlich nicht schlecht, auch gerade hier mit seinem ersten Skillnet, dass hier irgendwie, dass man mehr Schaden mit Elementangriffen macht. Man hat dann auch, wie gesagt, das Wind-Elementar dabei. Da muss man ja auch ein bisschen drauf achten, wie gesagt, welches Elementar habe ich dann überhaupt dabei? Ist das stark, wenn das zum Beispiel meine Kumpanen raushauen? Also man kann mit Vale hier spielen, ist sicherlich nicht verkehrt. Karine ist nicht verkehrt, vor allem auch deshalb, weil sie relativ starke Buff-Zauber hat, die Gruppe durchbuffen kann und weil sie Ramko hier dabei hat, der dann irgendwie auch noch Debuffs auf die Gegner setzt und so weiter. Dann kann man hier ein Debuff-Monster spielen und so weiter. Ist also auch mega stark. Ich habe das dann eigentlich ganz gern so gespielt, bis ich eigentlich dann gecheckt habe, was am Schluss wirklich passiert. Hier, das ist halt mega krass. Aber es ist halt auch ein End-Skill, warum ich jetzt sage, ja gut, dann müsste man ja hier End-Skill, da muss man sie ja auf Wind spielen. Da hat das Spiel noch eine gewisse Sonder, ja, ist ein bisschen Sonderbar, sage ich mal, oder eine Besonderheit, was am Schluss passiert. Und zwar hier, der Kagura-Tanz-Plus ist absolut amok. Deswegen stehe ich hier, jo, in der Suppe drin und teilweise heile ich mich sogar, weil hier Schaden kommt, angeblich, der gar nicht durchkommt und wir heilen uns da noch. Ist also absolut krass. Man kann keinen Status-Effekten mehr erleiden. Versteinerung, brennend, hier dieser Mokri-Effekt oder was auch immer, Schlaf und was alles so nervt oder, ja, wenn sie sich so vereisen und festhalten. Also ich bin ein-, zweimal im Spiel, war ich nahe dem Tod oder bin auch gestorben und das waren eigentlich immer Status-Effekte, die mich dann zum Handeln gezwungen haben oder ich eben nicht mehr schnell aus den Status-Effekten rauskam. Und das ist also absolut amok. Also Morley, normal, als Damage-Dealer, absolut krank, haut alles weg. Dann gucken, dass Carina halt diesen Karagura-Tanz ganz am Schluss bekommt. Jo, und dann habe ich mich persönlich und da kommt es halt, wie gesagt, ein bisschen drauf an, was man dann noch so haben möchte. Wie gesagt, man könnte auch, also um es andersrum zu sagen, Morley, stärkste Klasse, wenn man ihn selbst spielt, mit diesen Messerstichen hier. Dann auch noch mit seinen, ich kann es dir noch ganz kurz zeigen, auch hier mit seiner Reliquie, wenn man die auf Mond lässt beim Spieler selbst, finde ich jetzt persönlich auch nicht so schlecht. Da gibt es sicherlich auch welche, die sagen, ja, kann man auch anders spielen. Jetzt hier, seht ihr das, jetzt kann ich hier diese Reliquie hier rausdonnern und dann sind die einfach nur vollkommen Geschichte. Da geht gar nichts. Das kann man auch gegen Bosse machen und so. Und da haut man die innerhalb von Sekunden weg. Also ich habe gewisse Bosse im Spiel, da kenne ich gar nicht die Angriffsmuster. Ich muss zugeben, ich habe auf Normal durchgespielt. Da ist das Spiel natürlich auch super leicht, aber auch auf Schwer, denke ich, hätte das nicht zu großen Problemen geführt. Und ja, es ist einfach zu krass, zu amok. Und ich habe manche Zauber wie Kristallin oder sowas gar nicht genutzt, also die noch völlig OP sind. Gewisse Zauber- oder Waffenverzauberungen mit Elementare, um dann, oder Elementarverzauberungen, um gewisse Gegner dann zu attackieren und stärker zu werden, habe ich gar nicht genutzt. Ich bin immer mit ihm rein, normaler physischer Damage, das war's. Wie gesagt, Karina mit Ramko dabei, hat mir dann noch schön die Gegner ein bisschen runtergezogen, weil ich, wie gesagt, am Anfang ja hier diesen Skill hier, Karagura-Tanz ja logischerweise noch nicht hatte, bin ich eher hier hingegangen, dass hier, ja, habe sie auf Wasser gespielt, dass sie hier irgendwie der Angriff der Gegner, dass der gesenkt wird und so, also auch nochmal ein bisschen, wie soll ich sagen, Hilfestellung sozusagen, dann der ganze Buff-Kram und Zauber ihr gegeben und so. Ja, und dann habe ich mich für Palmina entschieden. Ich denke, Palmina ist auch hinten raus, mega stark hier mit diesem Zauber drauf achten. Es ist halt ein Zauber, kann man natürlich dann auch mit anderen Bildkombinationen spielen. Wie gesagt, ist kein festgelegter Skill, hier Wasser und so weiter. Da kann man sie zum Beispiel auf Licht spielen oder so, was wäre jetzt eine Möglichkeit, jetzt nur so als Idee. Ich hatte, glaube ich, Carina sogar auf Licht gespielt, fällt mir gerade auf. Carina auf Licht, dass eben diese Lichtgeschichte hier dabei ist, die ganzen Skills, Werteerhöhungen und so, habe ich dann bei ihr freigeschaltet. Und ich glaube, bei ihr bin ich sogar hier auf Wasser geblieben. Genau, Wasser bis hierhin, weil verkürzt hier die Magie, das Wirken von Magie benötigte Zeit, dann kann sie halt schneller zaubern und so weiter. Ist halt so super stark, hat den Skill noch hier dabei und so weiter. Ja, und dann kann sie halt mit ihrem Wasser da rumballern und so ist also auch nicht schlecht. Kann man machen. Ja, aber wie gesagt, gerade der dritte Charakterpart, denke ich mal, ist beliebig belegbar mit Vail, mit Yulai oder halt eben Palmina, was man haben möchte. Eine starke Zauberin dabei, einen super krassen Heiler oder Vail halt mit auch starkem Damage oder Defensefähigkeiten, Tankfähigkeiten. Das ist dann so ein bisschen Geschmackssache. Wie man das haben möchte, aber ich würde sagen Morley auf Mond und Carina mit Licht ausgerüstet oder wie gesagt dann auf Wasser ausgerüstet, dass die Dinger hier am Start sind. Ist halt mega stark. Wenn man dann, und der dritte Charakterslot, wie gesagt, ist dann euch, obliegt dann euch, sind ein paar coole Sachen noch dabei, die man dann auswählen könnte. Ja, wenn man dann einen Charakter, wie jetzt hier Morley komplett ausgeskillt hat, dann sagt das Spiel, oh okay, du hast hier alles ausgeskillt, du bist nicht mehr an die Klasse gebunden. Also alles das und das ist dann wirklich Endgame, New Game Plus, Endgame Kram, weil man bekommt die letzten Tränke hier hinten, um das hier freizuschalten, im Endgame beim Bärenhändler, wenn man den letzten Boss besiegt hat. Dann kann man sich noch, ich sag's mal so, unendlich mit diesen Tränken hier eindecken. Das stimmt nicht ganz, aber ich will es jetzt nicht. Also man kann ausgillen. Man kann alle fünf Charaktere ausgillen, im Regelfall, wenn man sich gut umgesehen hat und vorher auch die anderen Tränke bekommen hat. Man, wie gesagt, immer hier an diesen Spots hier, hier braucht man einen Trank, hier braucht man einen Trank und hier braucht man einen Trank. Also drei Tränke pro Charakter, um halt das Board immer weiter freizuschalten nach rechts. Und wie gesagt, der letzte Trank bekommt man dann halt beim Bärenhändler im Kapitel 10 und dann sagt das Spiel, alles das, was vorher Regel war, ist jetzt nicht mehr die Regel. Alles, was hier freigeschaltet wird, egal ob Reliquier, egal ob Skill oder Passiver Skill, ist nicht mehr an irgendwas gebunden. Dann ist es folgendermaßen, dann könnt ihr zum Beispiel hier auf Morley gehen, geht auf Reliquier und dann geht ihr auf seinen Standardskill oder das Standard hier Klasse, die Waldläufer Klasse und die wird dann eure Klasse. Hier könnt ihr alles dann auswählen. Ihr könnt dann hier eine Waffe oder eine Reliquier auswählen, also alles, was ausgeskillt ist. Alles, wo er bis hinten rechts ausgeskillt ist, könnt ihr dann auswählen. Also ich kann ihn jetzt auf Mond spielen, obwohl ich so, oder ja, wie soll ich sagen? Doch, ich könnte ihn, ja, um ein anderes Beispiel zu machen, ich könnte ihn hier auf Gnomens Schaufel spielen, ich könnte Waffentyp, egal was reinpacken und ich könnte auch den Klassenangriff, egal was reinpacken, was ich freigeschaltet habe und was halt super krass ist, hier bei den Fähigkeiten, das ist halt super krass. Dort ist dann, zum Beispiel hier kann man dann alles aus Mond auch reinpacken. Seht ihr das jetzt hier? Ist das aus Mond, Schattenmond hier drin, Edelmut ist auch, ne, Edelmut ist dann aus Wind mit drin, erhöht die kritische Trefferrate aller Gruppenmitglieder nochmal auf 30, um 30 Prozent. So ist er hier bei 100 Prozent, aber das ist erst ganz am Schluss der Fall. Also am Anfang müsst ihr wirklich gucken, ja, okay, was habe ich überhaupt? Und dann Morley auf Mond spielen und andere auf Wind und Licht oder was auch immer oder Wasser, Wind, Wasser, Mond ist am Anfang super stark und dann nachher kommt eigentlich noch Licht dabei oder man lässt es halt auf Wasser, Wind und Mond. Das sind wirklich noch die stärksten Sachen, die man eigentlich hat, die von Anfang an praktisch. Ja, und dann, wie gesagt, kann man hier alles Mögliche mit reinpacken. Ist also absolut krank. Habe ich jetzt gar nicht super krass, ja, hier könnte ich auch andere Sachen reinmachen, die ich mittlerweile drin habe, irgendwie Tarnung oder was weiß ich was. Habe ich jetzt gar nicht. Hier, ah, hier, Spezialangriffe, ignorieren 10 Prozent der gegnerischen Verteidigung, ist auch super stark, müsste ich eigentlich mit reinmachen und so weiter, weil das ist ja ein Spezialangriff, den wir hier machen und so weiter und so fort. Also, ja, kann man sich einfach von allen Skills, die man ausgeskillt hat oder alle Reliquien, die man nach rechts ausgeskillt hat, hier sieht man es auch schön, kann man sich dann alles holen. Hier, alles aus Mond, habe ich auch gemacht. Alles aus Wasser, Feuer, habe ich jetzt noch gar nicht ausgeskillt. Oder hier, halt, äh, Wald und der ganze Kram, ne. Jo. Zum Beispiel hier, volle Konzentrationen bei 100 Prozent verbleibender TP erhöht sich der Magieangriff, wenn man ihn auf Magie spielen möchte und so weiter. Jo. Und so erübrigt sich auch die Frage, halt, was ist dann naja die stärkste Klasse? Die stärkste Klasse ist die Standardklasse bei jedem dieser Chars, weil die einfach alle Endskills von allen Reliquien drin haben kann und der Rest ist ja frei auswählbar, also vollkommen krank. Der Weg dorthin ist halt das Ding, bis dorthin ist Morley, die meiner Meinung nach, ja, ziemlich sicher die stärkste und vor allem auch die schnellste Klasse, wenn andere Klassen, sag ich mal, ähnlich schnell sind selbst, dann, äh, Quatsch, ähnlich stark sind, dann brauchen sie ewig lang zum Zaubern, sie können unterbrochen werden, sie können angegriffen werden, ähm, die Attacke dauert zu lang, sie grittet zu schlecht oder was weiß ich was. Jo, und mit Morley, außer bei 1, 2 Bossen und das ist wirklich schon absoluter Endgame-Kram, wo es dann wirklich auch mit ihm, wo er dann ein bisschen an seine Grenzen kommt, kommt man super durchs Spiel durch, also wirklich, äh, Brain-AfK. Jo, und dann kann man natürlich immer diese 2, ähm, die Fähigkeitssamen da freischalten und, ähm, jo, hat man ja am Anfang 2 und da kriegt man auch so Tränke und kann dann immer mehr freischalten und so weiter und da hab ich mich dann halt bei ihm, jetzt speziell, müsste ich ja in dem Fall auch zeigen, für Angriff, Verteidigung, kritischer Treffer, also schadenkritischer Treffer, kritischer Treffer-Raid hab ich hier noch drin, weil manche Gegner da auch wie so ein Debuff drauf haben, also dass nicht die volle Trefferrate durchgeht, wobei ich das auch mal testen müsste und eigentlich rausnehmen müsste, ist jetzt auch nicht komplett durchdacht, sag ich mal, kritischer Schlag, hier kann man schon rausmachen, ähm, dann hier Extra-KA ist auch mega stark, hab ich jeden meiner, äh, Leute gegeben, äh, führt dazu, dass, ähm, die Mana-Leiste sich schneller füllt oder das Absorbieren, von Mana, die KA-Leiste schneller füllt, so rum und somit kann man den Klassenangriff schneller rausdonnern und den hab ich dann auch wieder, hier ganze Damage-Erhöhung, hier erhöht den Schaden von Klassenangriffen dann auch wieder drin und so, Schwillbrand ist Quatsch, also hier unten die drei Sachen könnt ihr auch gerne anders wählen, das waren eher so Tests von mir, da könnt ihr jetzt noch Kraft-Plus machen, Vitalität-Plus und was weiß ich nicht, was euch da gefällt, oder hier, äh, Schwert- und Schild-Rune hab ich ja eins und zwei drin, da gibt's ja noch andere Runen, die jetzt hier andere Klassen tragen, zum Beispiel sowas hier, Schild- und Spiegel-Rune oder sowas hier, Schwert- und Stab-Rune, könnte ich ihm auch geben mit Plus, ne, macht dann nochmal mehr Damage und so weiter. Jo, das ist so die Sache, die ich hier drin habe, jo, bei den Klassen, ihr seht, das ist eigentlich immer relativ gleich, ich hab irgendeinem Heiler am Anfang mal einen Heilzauber gegeben, ansonsten, wie gesagt, jeden der Chast extra Ka, das kann man später bei Niccolo freischalten, und ansonsten immer diese Status-Effekte hier, Verteidigung, Magieabwehr hoch und so weiter und so fort, hab da nicht so viel Zauber reingepackt und so, man kann ja auch Zauber hier reinpacken, Jo, hier so irgendwas, was heißt ich, irgendwelche Zauberdinger und so, ist nicht schlecht, hier auch um irgendwelche Windresistenz zu gewähren, aber kostet natürlich immer einen Slot oder dass die Leute dann alle mit Lichtwaffen da rumlaufen und so weiter, aber man braucht es im Endeffekt auf Schwierigkeitsgrad normal auf jeden Fall mal nicht, da kann man einfach mit Morley durchbrettern und die beiden anderen sind sozusagen wirklich reine Supporter auf welcher Art auch immer, dass sie mal einen Heilzauber rausdonnern, dass sie extra Ka mit drin haben, dass Remco die Gegner schwächt und so weiter, dass Palmina krasse Zauber rausdonnert, wenn zum Beispiel wirklich mal Gegner kommen, wo Morley dann, sag ich mal, mit seinem Rumgeschlitze da an die Grenzen kommt, weil halt, sag ich mal, die Gegner eine gewisse Resistenz haben und so, dann haut die halt irgendwelche Zauber noch raus, um dann halt, Moment, jetzt bin ich gerade falsch, haut dann irgendwelche Zauber raus, um dann halt, was weiß ich, ja, halt die Gegner stärker zu attackieren und so, ne, also dann halt Schwächen auszunutzen, da muss man dann halt ein bisschen auf Intelligenz statt Kraft und der ganze Kram gehen und so weiter, ja, und da habe ich noch Lockvogel drin, dass die Gegner schneller erscheinen und man schneller leveln kann und so, ja, das alles dann so ein bisschen Spaß, kann man alles machen, wie man möchte und so weiter, ich denke und hoffe, ich konnte euch damit helfen, Morley plus Carina ist völlig OP, wie man es, wie gesagt, hier schön sieht und, ja, führt auch dazu, zum Beispiel solche Gegner, das ist jetzt so ein Gegner, wo ich nichts machen kann mit Morley, ist eigentlich ein schöner, schön zeigbar hier auch wieder, wir haben hier Schwäche und angebliche Schwäche und ihr seht, wir hauen trotzdem alles kurz und klein, es ist absolut Amok, unsere KA-Leiste füllt sich auch super schnell und wir fetzen alles weg, jo, super easy, super krass, obwohl jetzt hier gewisse Resistenzen am Start waren, da brauche ich nicht noch irgendwas auf meine Waffen zu zaubern oder sonst was, reine Zeitverschwendung und bei Bossen ist es, jo, teilweise ähnlich oder meistens ähnlich, jo gut, das war es dann soweit von meiner Seite, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen, das ist die beste Klasse, die besten Builds, die beste Klasse Kombination im Spiel, jo, wie gesagt, hinten raus ändert sich das dann, Palmina rauspacken und einen krassen Heiler einpacken, weil der kann dann alle Heilskills von allen Fähigkeiten lernen oder Vale mitnehmen als super krassen Tank oder wie gesagt, Palmina mitnehmen als super krassen Magier, Carina als super geilen Debuffer und Buffer und so weiter mitnehmen und halt, dass die Status Effekte nicht mehr auf einen wirken und so weiter, das super krass und Morley ist einfach der übertriebenste DD, super krasser Damage-Dealer und somit auch die stärkste Klasse, jo, das war es so von meiner Seite, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein, bis dann, ciao. 관age-Deal. body-deral. Justine